Many money 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 must be funny in a rich man's world Auch das sind wieder Holländer Französisch Spanisch steht da Ja das sind Franzosen Euch mag ich nicht Oh der hat ein cooles Emblem finde ich Hm naja schauen wir mal Oh Wollte gerade schon meinen Abschluss sehen wieder ändern aber das hat sich soeben erledigt Wir haben hier Hall 1976 da kann eigentlich nichts mehr schief gehen Weißt du was mir bei dir immer auffällt Wenn du wenn du immer lachst geht es dann so Und so eine Minute später geht es dann Was Was Verstehe ich nicht Scheiße Bist du ein Klon ey Äh nee Jetzt bringst du Jetzt bringst du mich verblicken noch mal zum Nachden Weil ich selbst über mich nachdenken muss Kommt Autoräht zum Expedieren bringen damit das gleich bei uns nicht passieren kann Toll Das ist zwar erledigt Wollt ihr euch erst hinlegen oder was Wollt ihr euch erst hinlegen oder was Der Feind stört unser Radar Der Feind stört unser Radar Die blinkt Der geblinkt Ich bin da Da Passiert nix Da hab ich ne Granate in mir brauchen noch Ich sehe nix mehr bin blind Der Reiz des Feindes war zu stören Im Container drin, bei dir im LKW Ah, bin tot, eins vor Heli Aber gegen ab Also über mangelnde Action kann man sich auf Nuketown ja echt nicht beschweren Und da kommt der Typ wieder Ey, der ist so durchschaumer wie Plexiglas, ganz ehrlich jetzt Toll, war das Spawnschutz Ey, der stirbt einer nicht Man kann auch den feuern, wie man will Oder ich kann jeden jedenfalls feuern, wie ich will Du musst treffen, ne? Ich treff ja, hallo Du sagst doch das bei dir nicht selbstverständlich Was? Musst aber so ein bisschen in dich schupen Bist du dem nicht, oder was? Oh, bei dir ist gleich Party, bei dir ist gleich Party, die kommen gleich Okay, B Okay, kein B Kein B Scheiß Cobra Natürlich geht's auch genau auf mich, ne? Nicht auf alle anderen Mates, die da doch zufällig sind Feindliches Spionageflugzeug am Himmel Toll Sag mal, geht der Heli wirklich nur um mich, oder was? Du bist bestimmt da, als dieser draußen ist Alter, war das ein Vierfachabschuss, oder? Äh, dieser Franzose kann echt nicht, ja Das ist feindlicher Radar zu stören B Nicht B Nicht B Jetzt bohren die mal auf zwei Seiten, oder was? B B B B wird gesichert B wird gesichert B wird gesichert Und B B B Man das regt mich jetzt auf, ja Mach die Tür auf St Stock gegen Mann, ey, mach auf B Bin da auch zu dritt Ey Weil ich nicht weiterkomme Ey, meine Täter wir werden sowas von das Wort hat was machten die die Anzahl geschäftig sind ich habe ja schießt den Schatz Schützau wir verlieren Bravo ich werf ne Granate hängen und da schütt keiner oder was fuck hätt ich den noch gedrillt hätt ich Konterdrohne gehabt ok ab ins Haus wir verlieren Bravo wir verlieren A feindliches Spionageflugzeug im Anflug das ist zwar nur OSB aber ich habe er hat euch nicht getroffen bereit das feindliche Radar zu stören wir verlieren Alpha bereit das feindliche Radar zu stören feindliches Spionageflugzeug am Himmel bereit das feindliche Radar zu stören feindliche Vorsicht unterwegs willst du mich verarschen mhm der hat nicht falsch geschrieben der kommt einfach von irgendwo anders wo das nicht so geschrieben wird das glaube ich nicht glaube ich nicht oh ja ja ich wollte noch irgendwie reinspringen aber hatte keine Chance sorry der guckt mich an mein teammate guckt mich an ne wir schicken Gegner guckt mich an ja ja egal Tangoide steht da ihr tötet mich und wir kommen ein teammate an ihr guckt Tangoide er ist Tangoide 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 bei mir ist das Tangoide weil ein Tanker trägt deswegen Tangoide mit und sie jetzt was können wir gucken sie auch an aber ich schluckt mich ich will aber schlucken natürlich spawnt der hinter mir natürlich spawnt der hinter mir verbündete Vorräte sind unterwegs natürlich jawohl Fährlenkladung scheiße ich wollte noch Donnergolden raushauen boah Mist das war negativ sowas sowas haben wir im Team ne was so wir typen wie willst du mit sowas gewinnen 13 34 ich hab zwar auch 34 Tode aber knapp das dreifache an Kills Tangoide kleiner Sack der Maiden Cheater kann mir melden Herkunft Frankreich ja das werde ich machen aber Cheater nicht sagt kein Cheater leider ich bin der ultimate warrior leider was warum wo wo die in ultimative wo und wir haben die im Team oder was aus ahhh fickt euch doch jetzt sollen wir wieder was reißen oder wie fast unmögliche Aufgabe aber nur fast unmöglich eben und das ist ein wichtiger Punkt mir ist der Arsch eingeschlafen ok nicht gut ok sofort das Auto zum explodieren bringen er ist okay oh grad so ey alter und jetzt müssen wir es halten ja Granaten entwerfen alter kommst du ja noch einmal her zum Verarschen ey der ich hab keine Zeit zum nachladen vielleicht will ich nachladen was macht er schneller nachladen der hat bestimmt so nen Purg dafür oder der hat extra oder was Al-Qaida er kann hinter mir in Ruhe nachladen verbündete U200X Achtung feindliche Fernlenkladung gesichtet ok aber wir haben B erstmal er kriegs sicher ne Fernlenkladung erwischt mich mit der wollte mir grad ernsthaft erzählen dass wir B verlieren ich weiß Papa unfaschbar Wie die aus dem Spawn direkt dann das Aim dafür kriegen, wo jetzt genau die Gegner sind, ey. Echt heftig. Hinter uns. Verbündete Vorräte sind unterwegs. Oh, große Mine. Der kämpft da oben. Ey Leute. Hör doch mal auf so erbärmlich zu spielen. Hast du die, Null? Spawn die bei A. Ja, ich hab da oben welche gehabt. Ist unser Napalm? Ja. Keine Ahnung. Wir sind zu Autorwächst. Ey, große Mine schluckt wie Sau. Alle Positionen gesichert. Positionen halten. Wir haben noch nicht etwa. Wir haben. Aber wie? Wie? Weil alle vornehmen waren. Und große Mine kann durch Gegenstände... Deswegen ging das ja so schnell. Und große Mine kann durch Gegenstände schießen und... Ey, wie abwärmlich ist das Handgranaten? Die Gelenke so lehm, dass man in Zeit rüber verdammte Scheiße läuft. Alle Positionen gesichert. Positionen halten. Sehr gut. Triple Cap ist natürlich auch nicht schlecht. Den nehmen wir natürlich auch gerne dankend an. Brauchen wir nicht ganz so viel Panik schieben, wenn wir gleich B wieder verlieren sollten. Was? Nö. Nein. Ich dachte, du kriegst das hin. Ich dachte, der bleibt oben. Achtung! Feindlich um zwei! Aferlock! Hier ist alles gut. Die große Mine wollte wieder campen gehen. Hinter uns! Ja, lass die mal jetzt bei A spawnen, ey. Unsere U2 ist in der Luft. Feindliche Vorräte unterwegs. Die Tote ja! Achtung! Feindliche Fernlingkler gesichtet! Na, wo ist denn die.* Jawohl, Prestigeduell gewonnen, das war noch mal ein wichtiger Zweikaner. Oh, oben auf dem Dach steht, jetzt kommt er runter. Ich hab keine Munition mehr. Stoner. Oh, tot. Vorräte einsatzbereit, wo sollen sie hin? Verbündete Vorräte sind unterwegs. Kontero 2 in der Luft, sie sind blind. Achtung, feindliche Fernlenkladung gesichtet. Unsere U2 ist in der Luft. Oh, B. Geblieb. Wir verlieren B. Wir verlieren B. Wir verlieren B. Nein! Ist jetzt, glaub ich, gar nicht so trage. Ich will auch wenig verlieren. Der ist aber nun mal so. Aufgeräumter. Der Taurus aggressiv ist, schafft der Dinge, ne? Ist ja unglaublich. Ich ronzt ja mal das komplette Gegner von weg, ne? Der aus der Hüfte und die mal richtig ordentlich zielen hab ich. Jetzt wollen die wieder weit... Oh! Wer läuft zu weit rein? Oh ja. Ich mach's. Wir verlieren uns weg. Feindliche U2 über uns. Kontero 2 in der Luft. Sie sind blind. Die wollen B. Wir verlieren! Ja! Bleib stehen! Bleib stehen! Was? Das Spiel das so macht, dass man durch die Leute durchlofen kann. Das nicht ein Aufhalten beim Laufen. Die beschwester ich doch mal über die Physik dieses Spiels. Das wäre irgendwie kontraproduktiv. Was ist denn das? Wieso wäre das kontraproduktiv? Alter! Lassen... Siehst du diesen Heli da? Wir haben... Das ist ein Hacker. Feind sitzt Nappern ein! Oder war das grad'n Bug? Achtung! Feindliche U2! Alpha wird gesichert! Mal sehen, wer hier... äh... so... spielt. Das sah nämlich grad extrem komisch aus, auch wenn ihr möchtet. Ich weiß nicht, ob ihr's da draußen gesehen habt. Wir haben B verloren! Die kriegen B, obwohl ich bei B bin, oder was? Warum haben die in Juli? Wer hat den? Tangoide. Ernsthaft? Mit einem 3525. Der muss ja hier irgendwo stehen, ne? Achtung! Feindliche U2! Ey, der holt... Wir haben geherrscht! Diese Positionen einnehmen! Ich geh ins Haus. Kollege, ich steh im Haus, du kannst mir gar nicht abschießen. Im Haus ist einer, der kommt jetzt hoch. Dann stirbt er. Ja. Nice. Da ist noch einer. Scheiße, warum lad ich genau dann nach? Weiß er, wie viele kommen denn da hoch? 71 über uns. Verbündete U2 unterwegs. Charlie wird gesichert. Feindliche Fernlenkladung gesichtet. Charlie gesichert. Was? Tja. War euer Blackbird nur von kurzer Dauer, hm? Hast du den Tangoide mal wieder gesehen? Was? Tangoide, hast du den Tangoide mal wieder gesehen? Verbündete Vorente sind unterwegs. Mein Gott, nein! Ich hab ihn gesehen. Beim Schulbus. Meine Vorräte sind out of map gefallen. War ihm nur eine Brunne drin. Für bei B. Dann ist das auch alles nur halb geschlossen. Na. Werfner. Was? Leute, ey. Ey, wie viel die schlucken. Das ist doch unmenschlich. Unmenschlich. Aber guck mal wie wenig. Die schluckt nicht so viel. Guck mal wie wenig wir schlucken. Guck mal hin. Hier. Ey. Der setzt nur mal so kurz über dich drüber. Nur mal so kurz. Und schon bist du tot. Das ist äh... Schon bitter. Muss man wohl so konstantieren. AK-47, die ist gut oder was? Die AK ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Am besten mit Doppelmagazin oder mit Schalldämpfer. Sehr zu empfehlen. Ich bin ein. Nein. Ich bin ein.